Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und so ein Gartenarbeiten im Februar 2022. Was steht heute an? Wir schneiden bei unserem Feigenbaum, der Marillenaprikosenbaum wird geschnitten, es ist Pflanzzeit, wir schauen uns die ersten Frühjahrsblüher an und einiges mehr. Lasst euch überraschen. Ja, wir beginnen hier. Und was sehen wir? Wir sehen die Frostschäden, nicht von diesem Winter, sondern vom letzten Winter, also 2020 auf 2021. Jetzt wirklich sehr deutlich. Das muss alles raus. Wir haben ja auch den ein oder anderen Pilz, auf den kommen wir gleich. Und was man auch erkennen kann, hier hängen noch einen Haufen Früchte oder Fruchtmumien dran, die müssen alle auch noch weg. Also, los geht's. Wirklich schade drum. Wir sehen, die Rinde ist rissig, aufgeplatzt, heller. Absolut ganz großes Potenzial hier für Krankheiten, Viren, Bakterien als Eintrittsfläche. Ja, auch wenn wir ja Austrieb haben, der hier auf die Dauer bringt nichts, dementsprechend sägen wir oberhalb des ersten gesunden Triebes ab, auf dem wir dann den Aschtier versuchen abzuleiten. Im Querschnitt sieht es hier ganz gut aus. Ja, das Bräune hier ist ein bisschen Erde, was von der Säge vom Boden dran gekommen ist. Ja, und auch wenn es weh tut, sowas rauszuschneiden, es hätte einfach keinen Sinn gemacht, ihn weiter dran zu lassen. Nichtsdestotrotz, hier können wir einiges auch nochmal für Stecklinge verwenden. Jetzt kommen hier die Fruchtmumien ab, also die Herbstfeigen vom letzten Jahr, die nichts mehr geworden sind. Ich könnte es natürlich auch hier so abreißen oder abdrücken. Manchmal reißt man ein bisschen Rinde auf. Das möchte ich jetzt hier vermeiden, wenn ich es in der Höhe schon so bequem machen kann. Und ich werfe es jetzt hier auf die Seite, räume mich aber später weg. Wie gesagt, auch die Früchte hier, zwecks Krankheiten, Viren, Bakterien, einfach ein Ort für die Überwinterung und dann auch wieder für die Verbreitung davon. Also wegmachen, wenn man die Möglichkeit hat. So, Thema wurde angesprochen. Macht natürlich mehr Sinn, erstmal auch Triebe abzuschneiden, die sowieso rauskommen und da die Fagigen dran hängen zu lassen. Ja, bei dem Ascht haben wir es jetzt relativ gut gesehen, dass der was ab hat. Wie erkennen wir einen Frostschaden oder ob unser Ascht lebendig ist. Wir können klein wenig mit unserer Schere am Holz anritzen. So, wenn es darunter schön grün ist, vital und auch Milchsaft austritt hier bei unserer Feige, ist die im Saft. Alles gut, wenn es gelb ist, vertrocknet, kein Milchsaft. Ja, ist die Feige nicht im Saft, relativ selbsterklärend. Dann machen wir mal ein Messerchen. Man muss sich die Schere nehmen natürlich. Man kann auch so ein feines Veredelungsmesser nehmen. Einfach ein bisschen anritzen. So, sieht gut aus. Bei der Feige hier vorne haben wir es schon schön rausgeschnitten, dass auch wieder Licht in die Mitte reinkommt. Machen wir jetzt hier auch. Grundsätzlich zum Wund verschließen. Man kann auch einen Wundverschluss drauf machen, wenn man jetzt hier größere Stücke absägt oder abmacht. Allerdings, wenn die Feige im Saft ist, der Milchsaft regelt es. Da brauchen wir eigentlich nichts dafür. Ich mache jetzt hier mal weiter. Ich zeige euch noch vorher ganz kurz den Pilz. Jetzt, wo ich ihn gerade sehe, geht da drauf ein. Denn sowas muss unbedingt weg. Also das sollte auf keinen Fall da bleiben. Auch nicht bei anderen Obstbäumen. Auf gar keinen Fall. Ja, es sieht so nach orangenen, rötlichen Pusteln aus. Und so heißt der Pilz auch, der Rotpustelpilz. Folgezersetzer, befällt sehr gerne Laubbäume, tritt ganzjährig auf. Wenn man früher sowas hatte, im Obstholzschnitt, auch in der Sträubswiese, wurde immer verbrannt. Und diesen Pilz oder das befallene Stück würde ich hier auf keinen Fall auch liegen lassen. Das kommt weg hier von dem Standort. Ich schneide großflächig auf jeden Fall ab oder aus. Ja, er beginnt beim Totholz, aber er geht jetzt auch so langsam, meine ich zu erkennen, ins Gesunde über. Gefällt mir auf keinen Fall. Muss auf jeden Fall auch weg, so eine Geschichte. Braucht man nicht hier mittendrin in der Feige. Vor allem, wenn man hier mal auch dann wieder Laub haben und es irgendwann wärmer ist und auch ein bisschen feuchter und so weiter, kann der da drin sich perfekt vermehren. Wollen wir nicht haben, weg damit. Ja, und diese tollen langen Äste, mir tut es selber ein bisschen weh, werde ich alle hier im unteren Bereich einkürzen müssen. Auch da drüben zum Beispiel, man erkennt es gut. Ich sag mal, wir machen eine kleine Vorher-Nachher-Aufnahme. Also, vorher, nachher. Ja, rabiat, sehr viel weggemacht. Wenn es mir ein Gewächs verzeiht, dann wird es die Feige sein. Aber ich habe jetzt auch immer wieder, wenn ich mal ein Stückchen abgeschnitten hatte und der Ast war inkomplett hohl, weiter innen reingeschnitten, um auf gesundes Holz zu kommen. Das bringt mir nichts, wenn ich jetzt hier auf befallenes, krankes, pilziges Holz zurückschneide. Ja, ab und zu mal einen Langtrieb dann rausgenommen, dass wir zumindest wieder ein bisschen irgendwo eine Saftwaage hinbekommen. Und ja, ich bin nach wie vor gut drauf, auch wenn es mir doch irgendwo ein klein wenig weh tut. Aber was soll man machen? Minus 16 Grad, vor allem eine Woche lang dieser ganz, ganz heftige Frost vom Winter 2020 auf 2021 war halt eben zu viel. Und die Effekte spüren wir jetzt noch. Ja, vielleicht kriegen wir dieses Jahr mal wieder ein paar Feigen, immerhin. Den einen Langtrieb hier, vielleicht muss ich den noch ab. Vielleicht wird es auch der neue Leittrieb hier in der Mitte. Den lasse ich stehen. Ansonsten kommen jetzt die letzten Feigen hier noch ab. Und ja, so sieht es mal ganz gut aus. Gesund noch nicht. Aber Daumen drücken, dass das hier wieder passt. Hier sehen wir so einen kleinen Grenzfall hier innen. Der hat auch schon was ab. Aber da der Trieb hier so schön gewachsen ist und vital ist, haben wir ihn mal da stehen lassen. Und ansonsten dann eben abgeleitet. Und solche Stellen wie hier in der Bildmitte, wo sich auch Wasser sammeln kann, sind suboptimal. So, und jetzt hier nochmal der Blick von der anderen Seite. Hier beim Schnittgut sehen wir es wirklich ganz gut. Der Ast hier rissig, trocken. Der wäre nie wieder was geworden. Und hier sehen wir auch deutlich die Schäden. Da habe ich dann immer weiter runtergegangen, um auf gesundes Holz zu kommen. Und die Feige, die ich ja eintriebig zu einem Baum erziehen wollte, ja, die wird jetzt halt dreitriebig. Schauen wir mal, bisher kein Frostschaden. Ich hoffe auf die erste Fruchtung dieses Jahr. Ja, und wenn gewisse Sachen fruchten sollen, bei der Feige brauchen wir sie jetzt nicht, brauchen wir Bienchen. Dementsprechend nächstes Thema die Frühjahrsblüher. Und da unten haben wir auch schon den bekanntesten Vertreter, die Schneeglöckchen, die sie jetzt bei uns geöffnet haben. Jedes Jahr aufs Neue einfach begeistern, wenn sie hochkommen. Dieses Jahr gefühlt relativ spät dran. Wir hatten sie ja schon Ende Dezember, Anfang Januar, die Schneeglöckchen. Und jetzt schauen wir uns aber den nächsten Frühjahrsblüher an. Die Winterlinge. Ja, der Winterling gilt in unseren Breiten als Neophyt, hat aber Pollen und Nektar. Und ist dementsprechend auch für die Bienchen interessant. Und so wie es aussieht, kriegen wir es dieses Jahr, glaube ich, da ganz gut hin, dass wir jeden Monat was Blühen haben. Im Januar den Winterschneeball. Jetzt Schneeglöckchen Winterlinge. Im März legt es vielleicht der Pfirsich schon los. Und eins habe ich noch vergessen. Der Riesenrosmarin im Vorgarten. Ja, der wurde ein bisschen zusammengebunden. Hier unten habe ich auch ein paar Äste rausgekürzt. Und da haben wir auch die ersten Blüten drin. Da haben wir eine. Ja, nicht der typische Frühjahrsblüher für unsere Breiten. Aber bei uns ist es auch schon mehrere Jahre im Frühjahr in Blüte und erfolgreich. Bei den Maibären oder Kamtschatka-Bären oder sibirische Blaubeere, die zwei Sträucher hier in der Mitte, geht es auch bald mit der Blüte los. Die legen ganz früh los. Und ja, im Mai, wenn es klappt, können wir die ersten Früchte auch erwarten. Genug erstmal von Blüten. Wir machen weiter mit dem Baumschnitt bei unserer Marille oder Aprikose zu Deutsch. Und ja, ich habe da ein tolles extra Video aufgenommen. Leider hat es mir die Tonspur versemmelt. Ihr kriegt jetzt aber einen kleinen Zusammenschnitt von den wichtigsten Schnittarbeiten zu sehen. Viel Spaß damit. Damit euer Marillen-Aprikosenbaum nicht so aussieht irgendwann wie ich. Heutiges Videothema. Schnitt von der Marille-Aprikose und genauer gesagt der Winterschnitt. Wann schneidet man Marillen-Aprikosen am besten? Der beste Zeitpunkt für den Schnitt ist, wenn die Vegetationsphase noch nicht abgeschlossen ist, nach der Ernte. Da hat man so ein bisschen Indikator, um zu erkennen, ob wir noch Triebwachstum haben bei den Marillen. Und das sind unsere Blätter. Wenn wir noch Wachstum haben, sind die Blätter rötlich, vor allem die Jungen im oberen Triebbereich. Wenn das Wachstum so langsam abschließt, dann verfärben sie sich grünlicher. Und wenn es ganz abgeschlossen ist, dann haben wir große, kräftige, grüne Marillenblätter. Dann geht der Baum so langsam in die Winter- oder in die Saftruhe. Und da hat man den besten Schnittzeitpunkt verpasst. In Zukunft ist es immer wünschenswert, die Marille dann nach der Ernte zu schneiden hier bei mir. Eine Ernte hatte sie bisher noch nicht. Und bei einem Winterschnitt, den wir jetzt hier machen, sollte man beachten, das führt immer zu einem stärkeren Wachstum. Wenn wir unsere Bäume in der Vegetationsphase schneiden, haben sie Saft. Die Wunden können gut verheilen, schön verschließen. Und dementsprechend haben Krankheitserreger, Viren, Bakterien, Pilze geringere Chancen, sich negativ auf den Baum auszuwirken. Ja, wir haben hier jetzt noch nicht so Eigesknospenanschwellen. Sie fangen jetzt langsam an. Wir haben jetzt Anfang, Mitte Februar. Für den Winterschnitt wäre der ideale Zeitpunkt eher Ende Februar bis zur Blüte, auch bis in die Blüte hinein. Sobald dann die Aprikose hier langsam schon Früchte angesetzt hat, erste Früchte dran hat, sollte man mit dem Schnitt aufhören oder nicht mehr machen. Denn dann wird schon sehr viel Energie in die Früchte reingesteckt. Aber prinzipiell kann man ein bisschen die Blüte hinein schneiden und es empfiehlt sich damit anzufangen, wenn die Knospen dann schwellen. Dann wissen wir, der Baum ist im Saft und etwaige Schnitte oder unsere Verletzungen können gut abheilen und sich verschließen. Wetter für den Schnitt? Und ja, am besten natürlich Sonne. Super gut. Feuchtes, nasskaltes Wetter ist nicht ideal. Dementsprechend so der komplett falsche Schnittzeitpunkt für so eine Geschichte wäre dann November oder Dezember. Wir hätten Wunden, die über den Winter lange offen sind. Und wie gesagt, Krankheitserreger können eintreten. Jetzt haben wir natürlich alle unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Bäume, unterschiedliches Klima. Aber um es mal rauszuhauen, Aprikosen-Marillenschnitt Ende Februar bis Ende März. Manchmal vielleicht noch bei einer ganz späten Sorte Anfang April. Grundsätzlich zum Schnitt dieser Triebe hier. Normal würde ich so einen langen Trieb versuchen ganz rauszunehmen und auf schwaches Holz abzuleiten. Allerdings habe ich jetzt hier ein paar schöne Drillingsknospen. Und ich werde jetzt hier, mal gucken natürlich, wegen der späteren Saftwaage, oberhalb einer Drillingsknospe einkürzen. Zack. Drillingsknospe bedeutet, wir haben zwei Blütenknospen außen, in der Mitte eine Holzknospe. Und die Holzknospe kann hier für unseren späteren weiteren Kronaufbau sehr förderlich sein. Und das hier in der Höhe kann ich mir ganz gut vorstellen, dass wir hier später einen seitlichen Ast oder erstmal Trieb haben, der hier rüber geht. Grundsätzlich dieses ganze kleine Holz hier haben wir. Auch das ganz, ganz kurze mit Knospen garniert. Da hat der Dominik dazu gesagt, stehen lassen und über die Früchte freuen. Das ist das, was sehr viel Frucht tragt später. Und auch wenn die mal ein bisschen länger sind, so 20, 25 Zentimeter, so die Fingerspannbreite hier, kann man stehen lassen. Denn Äste, die mit Früchten garniert sind oder viele Früchte haben oder Triebe, die sind eher nicht so wuchsfreudig. Da braucht man nie die Sorge haben, dass die uns mal zu weit hochgehen und abgehen. Wenn wir jetzt so einen starken Trieb, ich möchte es nochmal dazu sagen, anschneiden, der schon viel Saft bekommen hat, auch ordentlich gewachsen ist, da wird natürlich weiter Wachstum gefördert. Das muss man beachten. Daher eigentlich immer das Ableiten dann auf schwaches Holz. Jetzt kommt es natürlich auch nochmal vor, dass wir irgendwo einen vertrockneten Trieb haben. Die können wir natürlich rausnehmen. Hier unten haben wir so einen Bereich, wo wir noch eine kleine Verzweigung haben. Da versuche ich wieder mit einem Schnitt dann so viel wie möglich rauszunehmen, um den Baum so wenig wie möglich zu belasten. Hier unterm Fissig oder nahe beim Stamm haben wir Knoblauch gepflanzt. Jetzt mal vor Jahren, auch wenn ich ihn abhände, ich vergesse immer wieder was drin. Ihr kennt es, denke ich, sehr gut. Ja, der Knoblauch soll hier unterm Fissig gegen die Kräuselkrankheit helfen. Dieses Gerücht kann ich nicht bestätigen in dem Fall hier. Nun gut, wir können Knoblauch, auch wenn wir mal vergessenen haben, natürlich so frisch verwenden. Aber abreißen würde ich jetzt nicht empfehlen. Dann bricht er uns nämlich einfach ab und wir verschenken noch viel vom Knoblauch, was unter der Erde ist. Jetzt haben wir aber auch die Möglichkeit dennoch zu verpflanzen. Wir werden zwar nicht die Riesen-Ernte hier erwarten, aber es ist so einfach, gerade wenn wir ein bisschen hier am Fissig gegen die Kräuselkrankheit was machen wollen, können wir den ja hier ein bisschen dichter verpflanzen oder ausbringen. Dazu erstmal ein klein wenig lockern und anheben. Allein das gestaltet sich schon sehr schwierig, da wir ja auch im Wurzelbereich sind vom Pfirsich. Auch die Minze hier wächst mit ihren Rhizomen. Aber wenn wir rundum ein bisschen gestochen haben, treffe jetzt hier auch keine Wurzeln. Das merke ich mit der Handkelle sehr, sehr gut. Dann ist die Geschichte gelockert. Und dann können wir im nächsten Schritt hier gut raushebeln. Und er hat schon ordentlich Wurzeln ausgebildet. Der Knoblauch hier zeigt es euch mal in der nahen Sicht. Ja und im nächsten Schritt vereinzeln wir ihn. Sie sehen auch die Zehen schon ganz, ganz schrumpelig, schon ganze Energie hier ins Grün gesteckt. Und was gibt es zu sagen? Loch machen. Oder eine kleine Spalte hier. Knoblauch rein. Wird er auf die Höhe setzen, wo er vorher war. Und zumachen. Bisschen andrücken. Fertig. Wenn wir schon beim Thema Zwiebelgewächse sind, unser Schnittlauch kommt auch hoch. Hier ist es bald soweit für die erste kleine Ernte. Und diese kleinen, jungen Trieben sind aber immer die beste. Bei allen Kräutern, bei Minze auch. So der Erstaustrieb hat so eine Power, so einen geilen Geschmack. Geschmacklich kommt zwar unser Kandidat hier. Der Weinberglauch besser weg, aber die Textur ist halt einfach ein bisschen zäher. Aber ja, geschmacklich auch nicht schlecht. Weiter geht es im Gartengrundstück mit einem Wildling hier. Man sieht ihn kaum, ich mache euch Nahaufnahmen. Wir veredeln. Hier habe ich schon mal Aprikose draufgesetzt und wickelt. Hier haben wir gerade einen Schnitt. Und da unten das passende Gegenstück dazu. Wird dann noch mit dem Wundverschluss zugemacht. Die Veredelung im Vorgarten von Aprikose auf Pfirsich ist sehr gut gelungen. Ja, was haben wir hier für einen Wildling? Ich habe mal schon mal eingekürzt. Der ist auch schon mehrjährig. Ich kann es noch nicht genau sagen tatsächlich. Es wird irgendwas Steinobstmäßiges sein. Hier, ich nehme mal an, die Zwetschke ist da aufgegangen. Ein Sämling hiervon. Ja, wir probieren es mal mit dem Veredeln da drauf. Schauen mal, was bei rauskommt. Klar, Standort ein bisschen schattig und so weiter. Aber auch dementsprechend gut geschützt. Ich bin gespannt. Vorgarten hat es gut funktioniert. Und das Thema Veredelung wird weiter auf dem Kanal. Großes Thema bei mir sein. Nein, es tröpfelt jetzt ordentlich. Da hinten kommt auch noch wesentlich mehr. Aber wir bringen das Thema Veredeln noch kurz zu Ende. Das ist jetzt absolut das ideale Wetter dafür. Also nicht das ideale Wetter. Habt den Schauts aber wirklich nicht kommen sehen. Nichtsdestotrotz, die Triebe habe ich noch ein klein wenig eingekürzt. Dass höchstens zwei Knospen stehen. Oder drei. Die kann man auch noch ein klein wenig ausbrechen. Muss man aber vorsichtig sein, dass man das Ganze nicht verschiebt. Oder auch dann wieder Rinde abreißt oder Stücke einreißt. Ansonsten soll die Energie da reingehen. Deswegen auch von dem kleinen Ästchen von dem Wildling, worauf wir veredelt haben. Also von der Unterlage habe ich auch dann die Knospen entfernt. Und wie gesagt, keine Einleitung. Nichts wirklich Fachmännisches. Einfach ein kleiner Versuch, auch mal wieder zu üben. Wieder reinzukommen, dass ich dann im Vorgarten beim Pfirsich und bei der Aprikose weitermachen kann. Da ist letztendlich das Ziel, auch bei der Feige mehrere Sorten drauf zu bekommen. Irgendwann oder auch auf andere Feigen, welche die ich vielleicht eintriebig erziehe. Schauen wir mal, da gibt es ja einiges an Potenzial. Und mehr Potenzial steht da. Da haben wir die Indianerbananen oder auch Pau-Pau genannt. Wir haben hier Selbstfruchtende. Das ist jetzt die Sorte Prima. Und es ist Pflanzzeit. Und dementsprechend pflanzen wir mal ein paar Pau-Pau aus. Die habe ich vom Dominik, von der Baum- und Rebschule Schreiber. Und ja, ich habe sie schon ein Jahr stehen. Mittlerweile bei mir, muss ich zugeben, und noch nicht ausgepflanzt. Aber sie sehen vital aus. Daheim habe ich auch noch mal zwei Stück. Die sehen auch sehr vital und gut aus. Ja, und jetzt raus damit. Frosch halten sie aus, bis minus 25 Grad kann man noch dazu sagen. Geschmack der Früchte unglaublich. Mango, Ananas, Banane kann man wirklich auch sagen. Passionsfrucht schmecken manche raus. Wirklich ein einmaliger Geschmack. Kommt aus Nordamerika. Laubbaum, schön anzusehen. Wächst relativ langsam, muss man beachten. Dementsprechend pflanzen und loslegen. Wir machen einen kleinen Kamerawechsel, weil immer wieder Regen ist. Das ist mit der anderen nicht so cool. Und dementsprechend, Moment, mal wieder meine Perspektive mit Mundstück. Aber keine Sorge, wir kommentieren das Ganze nach. Fürs Pflanzen brauche ich die Grabgabel und die Uni-Erdgartenkelle zum Lockern oder Lösen der Grassode. Die Purman-Banana, so wie die Indianer-Banane auch in Nordamerika genannt hat, keine Verwandtschaft zu unserer typischen Banane. Gewisse Sorten sind selbstbruchbar, andere brauchen Bestäuber. Und ich musste erstmal hier zwischen den Zwetschgen ein klein wenig Platz machen. Ich habe mich für den Standort entschieden, weil die Bäume irgendwann in den nächsten Jahren sicherlich eingehen werden. Und hier haben wir eine kleine Nachpflanzung. Und die Indianer-Banane stellt ja auch keine Konkurrenz zu den Zwetschgen dar. Wächst ja sehr, sehr langsam. Zuallererst die Grassode oder die Wiesensode lockern mit der Uni-Erdgartenkelle bzw. entfernen. Dann gehen wir etwas tiefer rein mit der Grabgabel. Hier gab es noch einen kleinen Stativversuch. Hatte leider keins dabei für die GoPro. Nun gut, musste weitergehen. Die Feinwurzeln hier zu Beginn sind gar kein Problem in den oberen Erdschichten. Die kriegen wir auch mit der Kelle noch durch. Wir lockern weiter ein bisschen auf und entfernen etwas feineres Substrat. Hat schon mal. Ja, für die großen Wurzeln habe ich auch was gefunden. Das kleine Handball passt perfekt. Kriegen wir die raus. Natürlich ist der Bereich hier sehr durchwurzelt. Die Indianer-Banane oder auch andere Pflanzen werden sich hier ihren Weg suchen. Aber ich versuche das Pflanzloch zumindest ein klein wenig konkurrenzfrei zu halten. Ja, die Indianer-Banane kommt rein. Man hat es leider nicht ganz gut gesehen oder überhaupt nicht genau gesehen hier mit dem Pflanzballen. Aber es dürfte bekannt sein. Das Spiel kommt rein, wird ausgerichtet und wir verdichten außen den Boden. Pflanzschnitt, da es hier im Topf war und in Wurzeln nackt war, machen wir nicht. Aber wir machen bei der einen Sorte hier oben einen kleinen Pflanzschnitt. Klicken ein bisschen an. Habe ich keine Erfahrung dazu. Gibt es auch online nicht so wirklich viel. Und bei der lassen wir mal den Schnitt weg bei der anderen Sorte. Ja, da dazwischen sind sie. Es sind so ungefähr drei Meter. Und wenn ihr Erfahrung zur Indianer-Banane habt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Regen hat aufgehört. Also mal fürs Outro wieder live am Start sozusagen. Was sind momentan eure Gartenarbeiten im Februar? Momentan steht natürlich auch in der Anzucht drin einiges an. Kommen auch noch Videos von mir. Aber lasst mir gerne einen Kommentar da. Ansonsten freue ich mich natürlich über Däumchen nach oben, Video teilen, sonstige Kommentare. Und kostenloses Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dankeschön dafür. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.